Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Power Ranking vor Woche 17, also das vorletzte richtige Power Ranking. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich da nach der Saison und während den Playoffs mache, aber wir sind auf jeden Fall hier mit dem vorletzten richtigen, wo dann auch alle Teams drin sind und so weiter und so fort. Wir haben heute Abend wieder unsere Live-Show 19.30 Uhr auf twitch.tv slash ballpods. Normalerweise ist die immer mit Sido und mit mir. Letzte Woche war die schon einmal ohne Sido und jetzt ist die nochmal ohne Sido. Sido ist immer noch seine private Angelegenheit. Es geht ihm gut, ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Und nächste Woche ist er dann auf jeden Fall wieder am Start. Heißt aber auch, dass wir heute vermutlich nochmal ein bisschen mehr Zeit haben werden für Fragen. Also wenn ihr es schafft, wenn ihr live dabei sein könnt und wollt, dann bereitet euch gerne schon mal eine Frage zu eurem Lieblingsteam oder generell irgendeine Frage vor. Ansonsten gucken wir uns dann natürlich auch nochmal die Power Rankings an. Gut, wir sind auf der letzten Seite und wir haben eine neue Nummer 32, die wir glaube ich so auch noch nicht hatten, denn das sind die Broncos. Die sind ganz, ganz unten angekommen. Das war eine fatale Vorstellung. Ich habe, wenn überhaupt, hätte ich mit dem Gegenteil gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Das letzte Mal, als wir Russell Wilson gesehen haben, war glaube ich das Spiel gegen die Chiefs, in dem er dann rausgekommen ist zum Ende, wo dann auch Brad Rippen reingekommen ist und auch noch ganz okay aussah. Wo man echt gedacht hatte, okay, jetzt hat Wilson es langsam raus. Jetzt hat er da den Weg gefunden, wie es gerade funktioniert. Aber das war wieder ein furchtbares Spiel von ihm. Broncos sind in einer katastrophalen Situation, wie es jetzt weitergeht. Ich habe auch schon mehrere unterschiedliche Meinungen gehört, wie attraktiv der Coaching-Job ist. Manche haben gesagt, das ist der unattraktivste Coaching-Job. Sehe ich gar nicht zwangsläufig so, weil ich glaube, dass es manche Coaches noch gibt, die sagen, ja, die Offense von Hackett hat einfach nicht mit Russell Wilson funktioniert. Und wir haben ja über Strecken gesehen, dass Russell Wilson in seiner Offense oder in der Seattle-Offense extrem gut sein kann. Und vielleicht gibt es dann einen Coach, der entweder sagt, okay, wir bauen hier jetzt einfach die Seattle-Offense auf und wir haben eine krasse Defense schon am Start, denn wir haben die Broncos unbestreitbar. Einer der besten Secondaries der Liga. Und andere Coaches sagen vielleicht, okay, ich bringe jetzt meine Defense und mit meiner Defense kommt er besser klar. Also ich glaube, die Coaching-Situation ist gar nicht so unattraktiv für manche Coaches. Für andere hingegen habt ihr bestimmt recht. Aber ich glaube auch ganz ehrlich, dass es nicht so viel Wahl gibt für die Coaches meistens. Ich glaube, einen NFL-Job ablehnen machen gar nicht so viele, wie man denkt. Das sind dann vielleicht die Top 2, 3 Kandidaten jedes Jahr auf dem Markt und alle anderen nehmen, was sie kriegen können, was NFL-Head-Coaching-Gigs angeht. Nicht nur wegen des Geldes, sondern halt auch, weil Coaches natürlich sehr selbstbewusst sind und immer denken, okay, Hackett hat es nicht hingekriegt. Ich kriege die Situation hin. Die Coaches sind ein nach oben auf die 31. 32. Es hat mir ein bisschen wehgetan, die hochzusetzen nach der extrem dummen Entscheidung mit Nick Foles, nachdem die Offensiv wieder gar nichts hingekriegt haben und so weiter und so fort. Dann habe ich aber gerechtfertigt damit, dass ich gesagt habe, ja, okay, die Defense spielt schon, oder hat jetzt auch gerade in dem Spiel wieder ziemlich gut gespielt. Normalerweise ist das jetzt ein bisschen Quatsch, deswegen jemanden über die Broncos zu setzen, nur weil man sagt, oh, die Defense ist gut, weil die Broncos-Defense eigentlich auch immer sehr gut ist. Aber der hat jetzt auch in dem Spiel gerade ein bisschen nachgelassen, beziehungsweise ist eingeknickt. Auch wenn man sie da natürlich ein bisschen in Schutz nehmen muss und sagt, ey, wir kommen nachher noch um ein anderes Team zu sprechen. Aber wenn die Offensiv nicht liefert, dann ist irgendwann auch der ganze Wille weg von der Defense. Colts auf jeden Fall auch Trash. Vielleicht aber sogar inzwischen in einer ganz guten Situation, gerade auch mit anderen Teams verglichen, die da untenrum dümpeln mit einem Rekord her. Weil viele, die einen hohen Draft-Pick haben, nicht unbedingt einen Quarterback draften werden wollen. Und dementsprechend Colts da vielleicht in einer ganz guten Situation. Die Cardinals gehen einen Spot nach oben, auch mehr, weil ich die Broncos runtersetzen wollte, aber dann auch, weil die Defense ganz gut funktioniert hat. Und so sehr man sich am Ende über die Niederlage ärgert gegen die Patriots, will ich immer sagen, wenn es um Tom Brady geht, crazy, gegen die Buccaneers, so gut war es doch trotzdem, dass sie so lange im Spiel drin waren mit dem essentiell dritten Quarterback. Also es ist okay, sagen wir mal, für den Bereich hier. Die Falcons fallen zwei nach unten auf die 29, ist vermutlich ein bisschen harsch, hat was auch mit Momentum und so natürlich zu tun. Denkt daran, wir bewerten nicht die ganze Saison, wir bewerten nicht den Rekord, sondern die aktuelle Form. Und dadurch, dass aktuelle Form ja sehr subjektiv ist, bei manchen von euch heißt es vielleicht nur die letzte Woche, bei den meisten von uns heißt es vermutlich irgendwas zwischen den letzten drei bis sechs Wochen oder so. Und bei manchen geht es vielleicht noch drüber hinaus und die sagen, ey, nee, beim Power Ranking hätte ich gerne die letzten zehn Wochen drin. Kann man alles machen, wie man will, aber bei mir ist es halt ein bisschen kleiner der Zeitraum, sage ich mal. Und da haben mir die Falcons einfach nicht so gut gefallen. Und dann, wie gesagt, gab es noch ein paar Teams, die ich hochsetzen wollte und da, da, da. Deswegen hat sich das so ergeben, Falcons auf 29. Nochmal, mein Appell an euch, gar nicht nur an die Leute, die kritisieren von wegen, ihr werdet sehen, wie schwer das ist, sondern auch einfach an alle generell, wenn ihr jetzt irgendwie, wenn ihr frei habt noch, wenn ihr vielleicht Schulferien habt oder sowas, setzt euch mal hin, analog von mir aus mit Stift und Papier oder digital am Handy oder am Computer und macht mal ein komplettes Power Ranking. Und ich glaube, die allermeisten von euch werden mir zustimmen. Es ist wirklich nicht, was heißt nicht einfach in dem Sinn, aber man ist nicht ganz zufrieden. Irgendwelche Teams sind immer so, es wirkt falsch. Das jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jemandem sagen würde oder wenn mir jemand sagen würde, die Falcons sind auf 29, dann würde ich sagen, nee, die sind besser. Aber so hat es sich in meinem Power Ranking ergeben, weil ich andere Teams über die haben wollte, bla bla bla. Browns fallen drei Spots auf die 28, auch vielleicht wieder ein bisschen mehr mit Enttäuschung zu tun, aber die Offense funktioniert halt echt nicht dieses Jahr und ich bin leider ein bisschen überfragt, woran es jetzt genau liegt. Denn an sich, klar kann man anfangen, Löcher reinzupiksen und sagen, ja, die O-Lane funktioniert nicht so gut, wie sie funktionieren sollte und die Receiver sind nicht das allergelbste vom Ei. Aber du hast das eventuell beste Running Back Tandem der Liga mit ein paar anderen Teams, die da auch noch ein Claim haben, aber ich würde schon sagen, die Browns sind da ganz, ganz weit oben, wenn man versucht, die Fanbrille so sehr, wie es geht, abzusetzen, gerade als jetzt, keine Ahnung, Cowboys-Fan oder so. Und du hast einen mindestens richtig guten Receiver, du hast ein paar underrated Receiver, aber mindestens einen richtig guten, Inamari Cooper und einen extrem teuren Quarterback, der halt auch, da könnt ihr mich auch gerne zitieren und sowas, als er das letzte Mal gespielt hat, war er ein Top-5-Quarterback in der Liga, also vor den Browns jetzt. Was er charakterlich hat und sowas, alles, ganz andere Frage, aber es sollte besser funktionieren, als es tatsächlich funktioniert. Das ist Stefanskis Schuld, brauchen die einfach nur mehr Zeit, brauchen die vielleicht noch einen klar besseren Nummer-2-Receiver, damit dann Donovan Peoples-Jones zum Beispiel ein richtig guter dritter Receiver sein kann, beziehungsweise Aaron Cooper Outside und du holst dir einen krassen Slot-Receiver dazu, was auch immer. Tight End ist eigentlich auch richtig gut, deswegen, ich denke, die müssen irgendwie einen Weg finden, die Offense zu fixen und ich denke leider, weil das manchmal ein bisschen offensichtlicher und daher vielleicht auch einfacher ist, dass es nicht wirklich personell zu fixen ist, sondern mehr Schemen, Stefanski und Watson müssen sich da noch ein bisschen besser treffen. Die Rams gehen einen hoch, natürlich sehr, sehr starker Sieg, sehr hoher Sieg auch, aber auch da können wir nachher noch häufiger drauf zu sprechen, wenn ein Spiel so ein einfach Ausrutscher ist, dann ist es immer gerade jetzt, nachdem man schon die ganze Saison lang das Gegenteil gesehen hat, immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Bei den Rams weiß ich jetzt nicht, okay, haben sie jetzt wirklich irgendwas umgestellt, also was umgestellt haben sie, aber hat das wirklich so viel bewirkt, dass sie jetzt auf einmal deutlich besser sind oder war das jetzt nur zufällig ein Spiel? So, wer weiß. Deswegen erstmal auf 27 hoch, noch dazu war der Gegner fatal. Die Bears bleiben auf 26, die habe ich in vielen Power Rankings weiter unten gesehen, was ich gar nicht so sehr kaufe. Solange Justin Fields Quarterback ist, werden die gefährlich sein, auf jeden Fall. Das Running Game ist mal da, mal nicht da und die Defense zeigt auf jeden Fall, dass sie noch wach ist, dass sie noch lebt, dass sie den Rokon-Smith-Trade zum Beispiel auch überlebt hat und so weiter. Und was auch noch gefährlich ist, ich weiß gar nicht, ob die noch ein oder zwei Heimspiele haben. Ich weiß, jetzt am Wochenende sind sie zu Hause und es kann sein, die Woche danach sogar auch. Aber dann hätten die drei Heimspiele hintereinander zum Schluss der Saison, das kann eigentlich nicht sein. Aber whatever, auf jeden Fall haben die gezeigt, dass sie mit kaltem Wetter extrem gut umgehen können. Und das ist auch ein bisschen das, was ich vorher schon angesprochen hatte. Ich weiß nicht, ob vor der letzten Woche oder vor der vorletzten Woche, aber dass schlechte Witterungsbedingungen häufig dem schlechteren Team ein bisschen mehr helfen. Und das hat man vielleicht auch ein kleines bisschen gesehen im letzten Spiel. Raiders, zwei Spots nach unten auf die 25, wieder, ich will nicht sagen, fatal eine Führung verspielt, weil es war jetzt nicht so eine extrem hohe Führung logischerweise. Aber eine gute Startphase ins Spiel, komplett zunichte gemacht mit dem Ende vom Spiel. Defensiv eingeknickt, obwohl man da das ganze Spiel drin war. Passrush war komplett raus, auch wenn es ein bisschen damit zu tun hatte, wie die Steelers gespielt haben und so. Aber ja, echt nicht gut. Keine gute Saison für die Raiders. Und ja, wenn da mal nicht der Rekar am Ende wirklich Gefahr läuft, weg zu sein nächstes Jahr. Texans, fünf hoch auf die 24. Ihr habt bestimmt die erste mal in Seiten gesehen und vielleicht ist dem einen oder anderen von euch aufgefallen und anderen vielleicht auch gar nicht, dass da die Texans gefehlt haben. Aber auf jeden Fall fünf Plätze hoch auf die 24. Das war ein guter Sieg. Plus, denkt dran, Power Ranking nicht nur letzte Woche. Das hat sich schon angebahnt über die Wochen vorher. Die haben vermeintlich deutlich bessere Gegner, aber sehr, sehr gut und sehr hart gespielt. Dementsprechend glaube ich, dass es jetzt sogar verdient, dass die dabei soweit oben zu haben. Auch wenn ich das natürlich verstehen kann, wenn die bei den meisten irgendwo im, ich nehme an, 27 bis 29 Rahmen sind. Vielleicht sogar noch einen Ticken tiefer. Die Buccaneers 1 Spot nach oben wieder. Nicht unbedingt, weil ich sie 1 nach oben setzen wollte, sondern nur, weil sich das so ergeben hat. Ansonsten hätte ich zum Beispiel die Raiders da lassen müssen und die Texans 2 tiefer oder 1 tiefer vielmehr. Oder ich hätte die Buccaneers noch nach unten an den Texans vorbeiziehen müssen und so. Und so weit wollte ich dann jetzt auch nicht gehen. Deswegen Buccaneers auf 23, 1 Spot hoch. Hat mir nicht gefallen das Spiel, aber irgendwo ist man am Ende auf Playoffkurs und es ist schrecklich. Ich mag eigentlich das Division-System, aber ab und zu hat man Jahre, wo man sich denkt, okay, es ist schade, dass jetzt am Ende vielleicht sogar nicht die Seahawks reinkommen, sondern dafür die Buccaneers. Auch wenn man da jetzt gerade für das Beispiel sagen muss, okay, die haben sich nur früher im Jahr gespielt und die Buccaneers haben gewonnen. Ihr versteht, was ich meine. Die Commanders fallen einen Spot nach unten auf die 22. Sieht immer noch gut aus, muss ich sagen, mit Playoffs. Stand jetzt wären sie drin, wenn mich nicht alles täuscht. Stand jetzt wären, glaube ich, die komplette NFC ist drin. Weil die Eagles als Division-Sieger, die Cowboys sowieso, Wildcard 1, die Giants haben eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Und ich glaube, die Commanders sind zur Zeit auf 7. Wäre auch witzig. Wo wir gerade über Trash-Divisions geredet haben und die waren vor drei Jahren oder zwei Jahren oder irgend so was, waren die so eine absolute Trash-Division, wo dann auch am Ende noch so ein Team reingekommen ist, was gar nicht verdient hat, nur weil sie die Division gewonnen haben. Oh, das waren, glaube ich, sogar die Commanders. Aber ich bin trotzdem kein großer Fan vom Team. Ich fand sowieso nie Heineke wirklich gut, aber jetzt den Move auf Carson Wentz zurückzugehen, wirkte sehr willkürlich. Und vor allen Dingen, es wirkte leicht unfair Heineke gegenüber, weil das so vor dem Spiel angekündigt wurde, wie, oh, wenn du heute schlecht spielst, dann kommt Carson Wentz. Und ich weiß nicht, ob das eigentlich ihm mehr Mut machen sollte oder was auch immer, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Also ja, Commanders auf 22. Mal gucken, wo ich die in Paco Valley die nächsten Wochen gewinne. Aber die Titans fallen sieben Spots und unten auf die 21 sah schlechter aus, als ich erwartet hatte. Wie gesagt, da kann man die Verletzung für verantwortlich machen, was auch immer. Jetzt ist Derrick Henry noch questionable für die Woche. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn die Woche zählen würde, dann würde er definitiv spielen. Und eventuell passiert jetzt nur das, was ich gestern angeschnitten hatte, dass die Titans sich jetzt auch denken, okay, wir sind halt sowieso schon komplett verletzt. Und wofür sollen wir da jetzt in Woche 17, die uns wirklich gar nicht juckt, weil egal, was in Woche 17 passiert, Outcome der Saison wird in Woche 18 entschieden. Warum sollen wir da jetzt in Woche 17 eine leicht angeschlagene Derrick Henry spielen lassen? Also nehme ich an, der spielt nicht. Aber ja, es hat mir echt nicht so gut gefallen, deswegen sieben Spots runter. Packers 2 hoch auf die 20. Da habe ich jetzt auch mehrere Leute gesehen, die sich beschwert haben. Und gerade gestern einer, der super sympathisch unter meinen Kommentaren oder in den Kommentaren darauf reagiert hat, der da meinte, wenn ich Lust habe, mal mehr Ahnung von Football zu haben, dann soll ich mir den Podcast von Adrian Franke annehmen. Und das fand ich auch super sympathisch. Spaß, ey, wirklich solche Leute finde ich so, die auf der einen Seite so richtig angefressen sind, weil ich was Schlechtes über ihr Team gesagt habe. Und bei Packers, Vikings, Bears ist es halt auch immer relativ einfach, mir zu unterstellen, dass ich das nur so sehe, weil ich Lions-Fan bin. Auch wenn ich eigentlich von den vier Teams, glaube ich, bei den Lions immer die pessimistische Brille aufhabe und die anderen Teams eher zu weit lobe. Aber whatever. Das ist nämlich immer das Ding, wenn man starke Meinungen zu einem Team hat, dann ist immer direkt, oh, du hasst das Team. Und meistens ist mir das Team wirklich komplett egal. Packers zum Beispiel, der einzige, den ich nicht mag, ist Aaron Rodgers. Ich finde LeFleur overrated, aber ansonsten mag ich Spieler. Die meisten gehen mir am Hintern vorbei. Also whatever. Auf jeden Fall, Packers zwei Spots nach oben. Ich bin immer noch kein großer Fan von dem Team. Ich sage, die Defense ist nach wie vor super anfällig. Ich bin sehr gespannt auf die Woche jetzt gegen Minnesota, weil ich glaube, das wird der stärkere Härtetest. Ganz einfach, weil ich glaube, jetzt bemerkt zu haben, kommen wir auch nachher noch drauf zu sprechen, auf der übernächsten Seite, glaube ich, dass die Lions nicht gut mit kaltem Wetter klarkommen, das Lions-Team dieses Jahr zumindest. Und das wird ein Problem in Woche 18 im Januar in Green Bay. Deswegen sage ich ehrlich, die letzte Woche war sehr gut für die Packers Playoffs-Hoffnung. Und wenn man jetzt gegen Minnesota gewinnt, was durchaus drin ist, ich glaube, die sind sogar Wettfavorit gerade, dann sieht es auf einmal sehr gut oder verhältnismäßig gut aus mit den Playoffs. Sie sind, glaube ich, immer noch auf Hilfe von den Commanders angewiesen. Das könnte schwierig werden. Habe ich auch schon ein bisschen angeschnitten in den letzten Videos. Aber Packers sind auf Kurs noch irgendwie in die Playoffs zu kommen. Wäre sehr beeindruckend nach dem Start. Aaron Rodgers ist nach wie vor ein bisschen Aaron Rodgers. Oder immer noch schon Aaron Rodgers. Definitiv nicht so sehr wie die letzten paar Jahre. Aber er hat es definitiv immer noch auf dem Feld. Und ich glaube, die Packers würde ich in den Playoffs sogar weniger gerne sehen als anderes Team, als zum Beispiel die Buccaneers. Also ich glaube, wenn die Packers sich da irgendwie auf sieben noch reinschummeln, dann ist es für die Nummer-2-Seed vielleicht ein bisschen ungemütlich. Witzigerweise könnte der Nummer-2-Seed auch nach wie vor Minnesota werden. Das heißt, es könnte sein, dass jetzt die Packers quasi Minnesota haben, dann Detroit und dann nochmal Minnesota. Aber ist jetzt schon viel zu weit vorhergedacht. Steelers bleiben auf 19. War ein beeindruckender Drive, der zum Sieg geführt hat letztendlich. Dann kam die Defense natürlich, hat das Turnover geforst und Spiel vorbei. Da kämpft man jetzt natürlich nur noch um Mike Tomlins Ehre. Aber ich habe es gesagt vor der Woche, die Steelers so spät im Jahr musst du immer ernst nehmen, selbst wenn an sich nicht mehr wirklich was zu holen ist für die. Und die haben, glaube ich, auch noch einen hypothetischen Weg in die Playoffs. Und solange wie der noch steht, müssen die natürlich auch für den Team Spirit dafür noch weiterspielen. Saints of 18, kein großer Freund von der Saints Offense dieses Jahr. Aber da sind ein paar gute Sachen rausgekommen. Die O-Line hat sich auf jeden Fall verbessert über die Strecke des Jahres. Rolave ist absolut ein super Pick gewesen, hat man jetzt gesehen. Rashid Shahid spielt eine extrem gute Saison. Und Taysom Hill ist nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Gadget-Player. Und vielleicht hat er sich inzwischen sogar auch mit seiner Gadget-Rolle abgefunden. Wer weiß. Auf jeden Fall sind das so ein bisschen die Lichtblicke von den Saints. Ansonsten würde ich sagen, es ist eher hell auf der defensiven Seite. Aber ich glaube, die haben auch immer noch nicht so wirklich viel Geld zur Verfügung, diese Offseason. Die Ravens auf 17 haben ein bisschen freien Fall hinter sich gehabt. Deswegen bleiben die jetzt erstmal auf 17. Ist vielleicht auch ein bisschen low für ein Team, was die Playoffs schon gesichert hat, sage ich mal. Aber ich denke, wenn Lamar wiederkommt, und er trainiert jetzt die Woche angeblich schon, wenn Lamar wiederkommt, könnte es sein, dass das Team direkt auf einmal wieder nach oben schießt. Und dann sind die von 17 ganz schnell weg irgendwo in die 10er-Richtung. Auf 16 die Patriots. Der letzte Wildcard-Spot in der AFC ist noch offen. Und so wie es aussieht, kloppen sich da hauptsächlich die AFC East-Teams drum. Seidend, ich vergesse gerade. Aber ne, die Chargers haben geklärt. Raiders, Broncos haben nichts damit zu tun. AFC South auch nicht mit Wildcard. Steelers noch ganz eventuell. Aber primär sind da die Jets, die Patriots und die Dolphins alle noch im Rennen. Jets, seht ihr hier in meinem Powerranking, äh, Patriots sind hier, seht ihr in meinem Powerranking, davon meiner Meinung nach das schlechteste Team. Aber haben halt auch immer noch Belichick. Und die Offense hat jetzt die letzten paar Wochen ein bisschen mehr Züge gehabt. Auch ein bisschen spielverlaufsbedingt, dass sie was umstellen mussten. Aber dann hoffe ich immer drauf, dass sie davon lernen sozusagen. Die Panthers sind fünf Spots nach oben auf die 15. Äh, auch da, ähnlich wie das, was ich vorhin bei den Rams gesagt habe, muss man ein bisschen aufpassen, weil das jetzt halt logischerweise ein so ein absolut krasses Spiel gewesen ist mit Rushing Yard-Rekord und dadadada. Ähm, aber erstens haben sie gezeigt, ey, kaltes Wetter ist eventuell unser Spiel. Und wir spielen physisch und brauchen nicht viel Finesse und boxen einfach alle um, offensiv, defensiv, was auch immer. Und, äh, das andere, wo ich noch vorhin gesagt hatte, ich komme darauf zu sprechen, ist, die Panthers-Defense hat jetzt eigentlich auch die ganze Zeit gezeigt, wenn die Offense was liefern kann, dann sind wir am Start. Und wenn nicht, war es ab und zu so, dass die Panthers-Defense am Anfang gut gespielt hat und dann zum Schluss ein bisschen eingeknickt ist. Aber die Defense ist auf jeden Fall da. Und wenn die Offense auch nur ein verhältnismäßig ähnliches Laufspiel zeigen kann, wie die letzte Woche gegen Detroit, dann ist mit denen auf jeden Fall zu rechnen. Und dann kommen die auch noch in die Playoffs, wenn die Buccaneers da nicht irgendwie komisch reingrätschen. Die Hawks sind ein nach unten auf die 14. An sich keine, keine kritische Niederlage. Ähm, ich wollte die nur, also ich wollte die, die, äh, Bucking, das kann ich reden, ich wollte die Giants nur an denen vorbei haben. Ähm, ansonsten Hawks. Vermutlich das Team, wo ich sagen würde, die hätten die Wildcard 7 am ehesten verdient und wären vermutlich die größte Gefahr in den Playoffs noch. Äh, vielleicht zusammen mit den Packers, weiß ich nicht. Detroit muss man da auch noch nennen, die kommen ja auch im Power Ranking noch auf der nächsten Seite gleich. Aber irgendwie haben die mich jetzt halt sehr, sehr, sehr enttäuscht die Woche. Deswegen weiß ich nicht, wie gut die mit schlechtem Wetter klarkommen. Und, äh, die Hawks haben eigentlich ganz gut gespielt, muss ich sagen, gegen einen vermeintlich übermächtigen Gegner, falls man das so sagen will. Giants zwei Spots nach oben auf die 13. Die haben auch sehr, sehr gut gegen einen an sich besseren Gegner mitgespielt. Und da hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie das Ding fast noch gewinnen. Ähm, und dann am Ende mit einem, mit einem extrem langen Field Go verlieren. Ist natürlich super ärgerlich, aber trotzdem reicht, um auf Spot 13 zu kommen. Wenn die noch gewonnen hätten, dann wäre ja sogar, die, die Playoffs wären schon sicher gewesen. So sind sie nur sehr wahrscheinlich Stand jetzt. Aber trotzdem verdient der Spot 13, meiner Meinung nach. Nächste Seite, Lions fallen erstmal nur drei Spots nach unten auf die 12. Ich hatte die schon wieder, ich glaube, sechs Spots unten oder so und hab dann gedacht, nee, okay, ich darf jetzt auch wieder nicht übertreiben, ähm, weil es halt ein Spiel war. Das Ding ist, dass ich als pessimistischer Lions-Fan nach dem einen Spiel jetzt halt direkt im Kopf hab, dass wir die nächsten beiden Wochen auch noch verlieren, gegen die Bears und gegen die Packers. Und dann wär's halt wieder so ein bisschen schade, weil wir dann halt drei extreme Phasen gehabt hätten. Von wegen erst sehr schlecht, dann ziemlich gut und dann wieder sehr schlecht. Ähm, und, und das wäre dann wirklich ein kleiner Schritt nach hinten im Rebuild, würde ich sagen. Denn nach nur einem Spiel bin ich auf jeden Fall nicht bereit, das so zu sagen. Gerade, weil es auch einfach wirklich gar nicht funktioniert hat. Da waren, da sind viele schlechte Sachen, äh, die zusammengekommen sind, vom Coaching über die Performance und was weiß ich. Und vielleicht, selbst wenn man aus dem Spiel nur gelernt hat, ey, wenn man die ganze Zeit kaputt gerannt wird und die Cornerbacks nicht so gut tacklen, wie sie normalerweise tacklen, dann könnte man vielleicht auch aus dem Nickel rausgehen und aufhören, zwei Tait-Informationen die ganze Zeit mit Nickel zu verteidigen. Aber, whatever. Ähm, ich schweife ab. Die Offense ist nach wie vor da. Die haben auch noch einen, oh ne, die haben zwei Auswärtsspiele. Uff, das tut weh. Alter, hören wir die Saison auf mit drei Auswärtsspielen? Oder spielen wir die Bärs bei uns? Ne, das kann ja auch nicht sein. Eine pure Frechheit ist das. Aber, whatever. Auf jeden Fall, ähm, sind die Playoffs noch drin? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist irgendwo in den Zehnern, also, was weiß ich, 14, 15 Prozent oder sowas. Ähm, ich persönlich rechne nicht mehr damit. Insgesamt die Saison trotzdem auf jeden Fall ein Erfolg für mich. Jets fallen einen Spot nach unten, nicht mehr als einen Spot, weil Mike White wiederkommt. Und so sehr man auch, ähm, die, die, das Team generell bashen kann, wenn man sagt, ah, ja, die Offense war nicht gut und, hä, muss man immer noch dran denken, die Defense spielt immer noch soliden Football. In dem Spiel gegen die Jaguars jetzt nicht unbedingt, was, glaube ich, auch ein bisschen was mit der offensiven Performance zu tun hat. Ähm, und deswegen bin ich, bin ich davon überzeugt, dass sie die nächsten Wochen sich wieder fangen werden. Zumindest defensiv sind auch noch tief in dem Playoff-Push drin. Vikings zwei Spots nach oben, wieder auf die Zehn nach dem Sieg. Da ist jetzt halt die ganze restliche Regular Season so ein bisschen, ja, ein bisschen leer, sage ich mal. Man kann jetzt versuchen, halt noch auf Krampf irgendwie Justin Jefferson seinen Rekord zu kriegen. Aber ich glaube, dafür muss man nicht mal großartig was ändern, sondern einfach nur so spielen, wie man normalerweise spielt. Und dann schafft er das, der ist auf Kurs. Ähm, also ja, vielleicht wären die letzten zwei Wochen jetzt gut, wenn man da mal irgendwie wieder ein bisschen Selbstvertrauen sammelt. Packers sind zum Beispiel relativ heiß gerade. Das heißt, wenn man gegen die gewinnt, vielleicht sogar mal zur Abwechslung in einem Two-Possession-Game, dann wäre das auf jeden Fall gut für die Playoffs und fürs Wohlbefinden und für das Selbstvertrauen Richtung Playoffs gehend. Aber ansonsten, selbst wenn die jetzt beide verlieren, am Ende haben die immer noch ein Playoff-Heimspiel und vielleicht geht es dann für die wieder um mehr und vielleicht spielen die dann besser, wer weiß. Dorf ins Verein, drei Spots auf die neun, hat bedingt was mit Tua zu tun. Die Rushing Defense hat mir gut gefallen. Die sind, auch das wurde angemerkt, die sind statistisch gesehen das Jahr über ziemlich gut, haben für mich aber nicht wirklich funktioniert. Das war halt normalerweise, weil die teilweise dann in Shootouts waren, wo einfach generell nicht viel gerusht wurde, beziehungsweise wo situational dann die Teams häufig gegen irgendeine Wand gerannt sind. Und dann hast du halt einen relativ niedrigen Average, aber whatever. Ich glaube nicht, dass Tua spielen kann jetzt am Wochenende, weil er nach dem letzten Spiel noch ins Concussion Protocol gerutscht ist. Auch da übrigens die Ausrede finde ich ein bisschen zu einfach. Jetzt zu sagen, oh, dieses Play, ich bin ja auch ziemlich sicher, dass bei dem Play die Gehirnerstatterung passiert ist, aber dieses Play ist dafür verantwortlich, dass er drei Picks geworfen hat in der zweiten Hälfte und bei dem einen hat er ein falsches Play angesagt und was weiß ich. Wenn angeblich keine Symptome da waren, was ich denen tatsächlich auch glaube diesmal, dann kannst du auch nicht das Ganze darauf zurückführen. So, weil du hast halt entweder Kopfschmerzen und dir wummt und was weiß ich, oder nicht. So, und entweder es waren Symptome da und dann ist es wieder fahrlässig, dass sie ihn haben spielen lassen, beziehungsweise fahrlässig von ihm, dass er gespielt hat, oder es waren keine Symptome da. Und dann sind auch die Interceptions darauf nicht zurückzuführen. Und ich habe gestern im Video sehr lange drüber geredet, weshalb ich denke, die einzelnen Interceptions entstanden sind. Und das wird nicht wirklich verstärkt durch Gehirnerschütterung, sage ich mal. Ich glaube, das hat andere Gründe. Habe ich gestern schon sehr, sehr viel drüber geredet. Dauphin ist natürlich insgesamt immer noch ein sehr gutes Team und ich glaube, die hätten auch die Playoffs verdient. Frage ist, wie sehr tut jetzt weh, wenn Tua dieses Spiel nicht spielen kann, vielleicht sogar beide nicht spielen kann. Jaguars drei Sports hoch auf die Acht ist viel von euch vermutlich, viel von euch vermutlich auch zu hoch. Und auch da könnte man jetzt sagen, hey, ja, okay, die haben gegen die Jets gewonnen und die Jets haben mit Zach Wilson gespielt, bla. Aber die Jets haben eine ziemlich, ziemlich bis sogar richtig, richtig gute Defense. Und als sie gegen die Jaguars gespielt haben, sah das nicht so aus. Und da würde ich den Credit diesmal tatsächlich sogar eher den Jaguars geben und sagen, die spielen seit ein paar Wochen ziemlich gute Offense. Und das Ganze hat mit Trevor Lawrence und Doug Peterson zu tun. Die verstehen sich scheinbar gut oder zumindest sind footballmäßig auf einem ähnlichen Level, wie die sich privat verstehen, weiß ich nicht natürlich. Aber ja, die Jaguars sind auf jeden Fall ernst zu nehmen. Und wenn die in die Playoffs kommen, würde ich die, glaube ich, auch nicht unbedingt gerne spielen wollen. So, die Chargers sind auf sieben. Chargers spielen gut gegen gute Gegner, spielen schlecht gegen schlechte Gegner. Also vermutlich werden die auch ein ziemlich gutes Playoff-Team sein. Und dann kommt es auf den letzten Drive an oder sowas. Aber ja, die haben auf jeden Fall noch nicht wirklich einen Weg gefunden, schlechtere Gegner zu dominieren. Das können sie offensichtlich einfach nicht. Keenan Allen scheint nahezu oder komplett wieder auf 100% zu sein. Das wird wichtig sein für die Playoffs. Cowboys zwei Spots nach oben auf die sechs. Hat ein bisschen Probleme. Ich glaube, gerade jetzt die Verletzung und Performance in der Secondary wird langsam zu einem großen Fragezeichen Richtung Playoffs. Aber zeigen offensiv halt auch, dass sie Firepower haben, um zur Not in einem Shootout mitzukommen. Und das ist schon mal sehr wichtig. Die können auf viele verschiedene Arten gewinnen. Bengals fallen einen Spot auf die fünf. Das war jetzt auch wieder so ein bisschen unnötiges Spiel, wo dann noch Turnover den Gegner wieder zurückholen. Und ein Fumble hier von deinem vermutlich besten Spieler. Und Joe Burrow wirft Picks. Also es war kein sonderlich gutes Spiel. Wirkte wieder ein bisschen zu leichtsinnig. Ich denke nicht, dass ihnen das in den Playoffs passieren wird, weil einem da einfach immer mehr bewusst ist. Oh, Playoffs, ne? Aber trotzdem deswegen einen runter auf die fünf. Kansas City rutscht dafür wieder rein auf die erste Seite und ist auf vier angekommen. Auch das Spiel war natürlich nicht perfekt. Aber das war so ein Ding, wo ich mich wieder zu keinem Zeitpunkt wirklich gefragt habe, okay, wer gewinnt hier? Die waren dann natürlich auch relativ weit vorne. Ich glaube, die waren bis kurz vor Ende der Halbzeit 17-0 vorne oder so. Und haben dann das Spiel auch nach Hause gebracht noch. Also ja, die Chiefs sind ansatzweise in Playoff-Form, haben ja noch ein bisschen Zeit, um sich da reinzubringen. Und bei denen ist ja auch der Nummer 1-Zieb noch im Spiel. Das heißt, vielleicht kriegen die sogar noch die Bye-Week. Die 49ers bleiben auf drei. Brock Purdy macht genau das, was er machen soll. Zu den 49ers habe ich tatsächlich nicht wirklich was Neues zu sagen. Ich bin gespannt darauf, wie das Ganze aussieht, wenn Debo wieder da und auf 100% ist. Wie man dann Ayuk einsetzt, ob man ihn komplett vergisst. Wie es dann aussieht mit CMC und so weiter. Und ob die sich für die Playoffs noch andere Sachen aufgehoben haben. Was ich ehrlich gesagt sogar ziemlich glaube. Bills sind auf zwei. Gutes Team. Wieder nicht überzeugend genug gewonnen für meinen Geschmack. Dann zum Schluss natürlich weggezogen. Und dann sah es auch recht deutlich aus. Aber über große Teile des Spiels gegen ein vermeintlich relativ schlechtes Team. Sehr, sehr, sehr gestruggelt. Und das ist mir viel zu oft passiert. Oder es ist für meinen Geschmack, Geschmack, für meinen Geschmack ist es viel zu oft passiert. Gerade in der zweiten Saisonhälfte trotzdem immer noch auf zwei. Eagles haben mit einem Backup-Quarterback gegen ein sehr gutes Cowboys-Team gespielt. Und nur ganz knapp verloren. Mit einer sehr unwahrscheinlichen Completion für die Cowboys. Was ein super Pass und ein richtig geiler Catch war. Und sowas passiert auch nicht jeden Tag. Und wie gesagt, das Ganze mit einem Backup-Quarterback. Also, Debi alright. Ein bisschen Verletzungsprobleme jetzt auch langsam in der Secondary. Aber ich glaube, das sind mehr angeschlagene Spiele, als welche, die wirklich ausfallen könnten in den nächsten Wochen. Frage ist, wie die jetzt die nächsten Wochen angehen. Ob die noch mit Full-Strength reingehen. Oder ob die jetzt noch ein bisschen chillen. Aber ich meine, die haben die Nummer 1, die sind halt auch noch nicht ganz sicher. Deswegen werden die vermutlich mindestens ein Spiel noch ordentlich spielen. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass die Jalen Hurts jetzt gerade Woche 17 noch draußen lassen. Alles klar, das war's mit dem Power-Ranking. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer, guckt euch die Links in der Beschreibung an, wenn ihr was von Fanatics holen wollt. Oder vom NFL Shop Europe. Da sind Links für in der Beschreibung. Oder ansonsten könnt ihr euch natürlich auch, mein ist jetzt ausgetrunken, aber Holy holen. Der neue Icedee ist zum Beispiel sehr, sehr cool. Mit dem Vanillegeschmack so ein bisschen im Nachgang. Sehr gut für die Weihnachtszeit. Und da könnt ihr mit Code JD dann nochmal 10% sparen. Das ist natürlich auch geil. Wenn euch das Video gefallen hat, hoffe ich sehr, dass ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Hoffe, wir sehen uns nachher auf Twitch. Und bis dann. Ciao. Ciao.